Und das betrifft doch nicht nur Obama. Obama ist doch nur ein extremes Beispiel für diese Sache. Das passiert doch in politischen Parteien über die ganze Welt hinweg und die ganze Zeit. Denn es gibt keinen Vertrag. Und so haben wir eben die Situation, dass es eine Wahl gibt. Die Leute geben jemandem ihre Stimme. Auf der Grundlage der verschiedenen gegebenen Versprechen gelangen die Politiker an die Macht. Und nichts ändert sich. Und bei der nächsten Wahl kommt der nächste Politiker daher, erzählt den Leuten, was sie hören wollen, wird gewählt, kommt an die Macht und tut wiederum das Entgegengesetzte von dem, was er versprochen hat. Und so geht es weiter, von Wahl zu Wahl. Also, es muss eine Art von Vertrag geben, der vereinbart oder festlegt, was die Politiker versprechen und das, was sie dann schließlich tun werden, wenn sie an der Macht sind. Dies ist also die Art und Weise, wie das Ganze in fast jedem Land der Welt funktioniert. Dass man den Leuten eben die Illusion gibt, sie hätten in der Politik die Wahl. An irgendeinem Punkt hat man eine der Parteien an der Regierung. Sobald sie an der Macht ist, hat diese Partei die Macht, die Dinge dieser Zentralisierungsagenda einzuführen. Dieser Polizeistaatagenda und alle diese anderen Dinge, von denen ich berichtet habe. Zur selben Zeit, wo diese eine Partei an der Macht ist, ist die andere Partei in der Opposition. Und diese Oppositionspartei opponiert gegen die Vorhaben der Regierungspartei. Und kritisiert die Regierung, die an der Macht ist, für das, was diese tut. Dann haben wir diese Lächerlichkeit, die man Wahlen nennt. Danach geht manchmal die Regierungspartei in die Opposition und die Oppositionspartei geht in die Regierung. Und nun ist es so, dass die Partei, die nun an der Regierung ist, die vorher also als Oppositionspartei opponiert hat, gegen die Maßnahmen der vorigen Regierungspartei und gegen deren Maßnahmen der Zentralisierung, den Polizeistaat und so weiter, als diese Partei damals sowieso keine Macht hatte in der Opposition, irgendetwas zu tun. Nun, da sie an der Macht ist, fängt sie an, genau das einzuführen, wogegen sie vorher opponiert hat. Und die Partei, die vorher in der Regierung war und alle diese Dinge eingeführt hat, die jetzt in der Opposition ist, fängt an, gegen all diese Dinge, die sie vorher selber betrieben hat, Opposition zu machen und kritisiert es. Und das ist der Betrug, der sich wieder und wieder vollzieht, Jahrzehnt nach Jahrzehnt. Und der allgemeine Leitsatz dabei ist, egal welche Partei an der Macht ist, diese Partei setzt die Tagesordnung dieses zentralen Netzwerkes durch. Dann wird die Opposition dagegen mobil machen. Und das Volk hat das Gefühl, es hätte eine Wahl. Es hat keine Wahl. Denn all diese Parteien sind ja Masken desselben Gesichtes. Und weil dieses globale Netzwerk die Agenda eben durchgesetzt haben will, deshalb wird jede Partei, die an der Macht ist, diese Agenda durchsetzen. Parteipolitik ist im Allgemeinen ein kühlkalkulierter Betrug, um den Wenigen zu ermöglichen, die Vielen zu kontrollieren. Denn als die Menschen zu rebellieren begannen gegen die exzessiven Diktaturen der königlichen Blutlinien und so weiter, und diese Linien existieren ja noch heute, deren Leute sind nun in der Politik, in den Banken und großen Unternehmen, aber damals gab es diese Chance, als diese Rebellion gegen diese Diktatur stattfand, man hatte sich überlegt, dass man eventuell eine Chance hätte, wenn das Volk die Möglichkeit hätte, individuelle Persönlichkeiten zu wählen. Menschen mit Charakter, auf der Grundlage deren Echtheit und Originalität und auf der Grundlage dessen, was sie wirklich für das Volk tun wollten. Nun, dabei handelt es sich ja um den schlimmsten Albtraum dieser Leute, die diese geheimen Netzwerke betreiben. Und das, was sie nun taten, war, eine parteipolitische Struktur zu schaffen. Man muss doch nur einmal daran denken. Es gibt ungefähr sieben Milliarden Menschen auf der Erde, mit allen diesem Potenzial und dieser Einzigartigkeit in der Art und Weise, wie Länder geführt und geleitet werden. Und doch, egal wohin man kommt, hat man politische Parteien. Ist dies die einzige Weise, wie man eine politische Arbeit strukturieren kann? Nein, das ist es natürlich nicht. Aber es ist natürlich die einzige und die beste Art und Weise, um Politik zu kontrollieren. Ich sprach über dieses Spinnennetz. Aber man kann es genauso gut symbolisieren durch eine Pyramide. Eine Pyramide mit verschiedenen Ebenen und Abteilungen. Oben am kleinen Schlussstein der Pyramide gibt es nur einige wenige Menschen, die allen übrigen Befehle erteilen. Je weiter man nach unten kommt in dieser Pyramide, gibt es immer mehr und mehr Menschen, die aber immer weniger und weniger wissen über die eigentlichen Ziele, die verfolgt werden. Darüber, was diese Organisationen eigentlich darstellen, welche Ziele sie verfolgen. Die einzigen Menschen, die wissen, wie alle Teile zusammenpassen, sind die wenigen an der Spitze der Pyramide. Darunter sind eben eine große Anzahl von Menschen, die in völliger Unwissenheit gehalten werden über die eigentlichen Intentionen dieser Organisation, seien es die Mitglieder einer politischen Partei oder die Banker, die Universitäten, die Regierungen, was auch immer. Durch diese Zergliederung und Begrenzung des Wissens wird einem nur erlaubt, gerade so viel zu wissen, dass man seinen Dienst und seine Aufgabe in seiner kleinen Abteilung erfüllen kann. Das heißt, auf diese Weise liefern die Leute Beiträge zu diesen einzelnen finsteren Pyramiden, die die Menschheit versklaven wollen. Und sie haben überhaupt keine blasse Ahnung darüber, was sie da eigentlich tun. Jeder liefert in offensichtlicher Unschuld kleine Beiträge hier und da und dort zu dieser Pyramide. Aber wenn man es dann zusammensetzt, dann ist es alles andere als unschuldig. Und das wissen nur die wenigen an der Spitze der Pyramide, die diese ganze Sache am Laufen halten. Und daher ist es so, dass auch die politischen Parteien eben Pyramiden sind, in pyramidaler, hierarchischer Struktur geordnet sind. Und die Idee bei politischen Parteien ist, dass diese nur von sehr wenigen Leuten geleitet und geführt werden. Nehmen wir an, sie möchten Mitglied des Parlamentes in Großbritannien werden. Um dahin zu kommen, muss man ausersehen werden, von dieser Partei diese Partei repräsentieren zu dürfen bei einer Wahl. Wenn man das als Unabhängiger versucht, dann kommt man nur in den allerseltensten Fällen damit durch. Wenn man nicht Teil einer politischen Partei ist, das heißt Teil dieser gesamten Struktur, den Geldern, die verteilt werden, des Zugangs, den man braucht zur nötigen Publicity und Förderung, dann hat man im Grunde genommen keine Chance. Wenn man Politiker werden will, dann muss man ein bestimmtes Interview bestehen. Dazu muss man versichern, dass man der Parteipolitik folgen wird. Und diese Parteipolitik wird eben entschieden von den wenigen an der Spitze der Parteipyramide. Kommt man also durch dieses Stadium hindurch, dann bewirbt man sich um einen Platz im Parlament. Man erzählt den Leuten, was man glaubt, dass diese hören wollen, im Einklang mit den zentralen Themen und Leitsätzen der Parteipyramide. Und man wird gewählt und wird Mitglied des Parlamentes. Nun, wenn man jetzt weiter fortschreiten will in die Hierarchie dieser Partei, die diese Partei leitet, und man möchte in die Regierung kommen, beziehungsweise Teil der Regierung werden, dann muss man seine Zeit damit verbringen, in der Partei abzustimmen auf Grundlage der Dinge, die diese kleine Partei-Hierarchie an Grundsätzen erlässt. Man muss dafür oder dagegen abstimmen, wie es auch immer bestimmt wird von denen. Wenn man das nicht tut, dann wird man auch nicht innerhalb dieser Partei vorwärts kommen. Und nun haben wir innerhalb dieses sogenannten freien politischen Systems diese Parteieneinpeitscher. Und diese Parteieneinpeitscher sind dazu da, um diejenigen Mitglieder einer Partei zu bedrohen, zu formen und manchmal zu bestechen, die nicht mit dem Parteiendiktat mitstimmen wollen in einer Abstimmung. Sie bringen die verschiedenen abtrünnigen Parteimitglieder auf Linie, so dass diese nicht für ihre eigentlichen Überzeugungen abstimmen und für das, von dem sie fühlen, dass es richtig ist, sondern dass sie eben der Parteilinie folgen. Und genau diese Tatsache, dass eben diese Parteieneinpeitscher existieren, zeigt einem ja auch, dass die Politik mit den Dingen, an die die Menschen wirklich glauben und wofür sie stehen, eben überhaupt nichts am Hut hat. Es ist das, woran die Parteistruktur glaubt, wofür sie stimmen. Gerade eben hatten wir eine Abstimmung hier in England über die Frage, ob eine Volksabstimmung über die Europäische Union abgehalten werden soll. Und so viele Mitglieder innerhalb der konservativen Partei, also der Regierungspartei, waren in ihrem Herzen dafür, eine Volksabstimmung durchzuführen. Aber eine Menge von ihnen stimmte aufgrund des Druckes von der Parteispitze nicht für eine Volksabstimmung. Und das war ausreichend für die Regierung, um diese Abstimmung zu gewinnen. Und es ist eben so, dieses hierarchische System der Parteienpolitik und ihrer Strukturen hat niemals und zu keinem Zeitpunkt jemals das wirkliche Interesse der Menschen vertreten. Es ist so, dass jede Partei einzig und allein das Interesse der kleinen Gruppe an der Spitze dieser Parteienhierarchie vertritt. Und diese dient letztlich nur diesen übergeordneten Kräften dieses Netzwerkes, das wir oben besprochen haben. Und genau dies ist auch der Grund, dass als David Cameron als Premierminister der konservativen Partei in Großbritannien an die Macht kam, und er hatte ja alles Mögliche versprochen in seinem Wahlkampf, was er tun wollte, aber was sich dann herausstellte, war, dass er im Grunde genommen ein Tony Blair hoch zwei ist. Aber so wird es eben immer sein. Denn genauso wie Tony Blair repräsentiert David Cameron eben nur dieses Netzwerk an der Spitze der großen Pyramide und deren Ziele. Was wir sehen ist, dass Amerika systematisch zerstört wird. Und die Leute sagen dann, warum sollte ein Amerikaner, also wie Obama und die demokratische Partei und die Bushes und die republikanische Partei, warum sollten die Amerika zerstören wollen? Und die Antwort ist eben, weil diese Leute eben nicht Amerika repräsentieren. Das ist die Sache, die man einfach verstehen muss. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Occupy-Demonstranten dies verstehen. Was hier läuft, geht nicht aus von Repräsentanten von Amerika. Diese Leute repräsentieren dieses geheime Netzwerk, von dem ich sprach, und das beide politischen Parteien in der Hand hat und ihnen die Befehle diktiert. Und dieses geheime Netzwerk möchte eben nicht, dass es Amerika gut geht, sondern es möchte, dass Amerika zerstört wird. Und das aus einem einfachen Grunde. Wenn jemand die Diktatur einer Weltregierung anstrebt, die jedes Land dieser Erde regiert, dann kann man eben keine Supermächte mehr haben. Denn diese haben ja die finanzielle und militärische Macht, diesen geheimen Netzwerken zu widerstehen. Und was also nun ganz systematisch vorgeht, und es geht vor sich seit Jahrzehnten und länger, das ist, dass man es auf die amerikanische Wirtschaft abgesehen hat, diese zu ruinieren. Und das ist der Grund, warum sich diese in einer derartig katastrophalen Unordnung befindet. Diese amerikanische Wirtschaft wird eben ganz systematisch zu dem gemacht, was sie im Moment darstellt. Warum sollten denn amerikanische Regierungen, die wirklich nur das Beste für Amerika im Sinn haben, Verhältnisse zulassen, in denen enorme Mengen an amerikanischen Arbeitsplätzen nach Plätzen wie zum Beispiel China und der dortigen Sklavenarbeit verlagert werden? Wenn es sich wirklich um eine Regierung handeln würde, die dieses Namens würdig wäre, mit einem empfindenden Herzen, dann würde man doch zuallererst sagen, wir werden niemals zulassen, dass amerikanische Arbeitsplätze uns auf diese Art und Weise weggenommen werden, denn es fügt dem amerikanischen Volk Schaden zu. Und wir werden sie uns nicht wegnehmen lassen, nur um dann Menschen in Sklavenarbeit in China und dem fernen Osten auszubeuten. Aber genau das tun sie. Auf diese Weise wurde vieles von der amerikanischen industriellen, produktiven Grundlage ganz bewusst zerstört. Und die Ironie ist nun, dass Amerika die Hand aufhält in China, damit es so weitermachen kann. Warum sollte jemand, der sich um Amerika wirklich Sorgen macht, eine solche Situation hervorrufen? Nun, eben aus diesem Grunde, weil diese Leute sich halt eben nicht um Amerika Sorgen machen. Und wenn man sich dann die finanzielle Situation anguckt und diese im Privatbesitz befindliche FED, die von den Rothschilds kontrollierte sogenannte amerikanische Nationalbank mit Leuten wie Ben Benenke, dann ist es dort so, dass man von dort aus Billionen über Billionen über Billionen an Dollars an Banken ausgeschüttet hat. Und zwar nicht alleine in Amerika, sondern über die ganze Welt hin. Und wo ist dieses Geld nun? Es ist verschwunden. Abracadabra. Und Amerika sitzt nun in der Patsche mit diesen irren Schulden und das Volk soll es zurückzahlen. Was ja niemals funktionieren wird, weil vorher die amerikanische Wirtschaft zusammenbrechen wird. Aber genau das soll sie ja. Warum sollte jemand, dem wirklich das amerikanische Volk am Herzen liegt, diese Irrsinnssummen nach allen Richtungen hin ausschütten, während viele Amerikaner in Zeltstätten leben? Weil dieses eben immer weiter die amerikanische Wirtschaft zerstört und genau das will man. Oder etwas anderes. Wenn diese Menschen in den Zeltstätten leben, wenn so viele Menschen unter ganz fürchterlichen finanziellen Bedingungen leben, unglaublich, viele von ihnen haben ihre Häuser verloren. Warum sollte unter diesen Verhältnissen die amerikanische Regierung die Summe von einer Billion Dollar im Jahr, mit allen versteckten Kosten, für das Militär ausgeben, um Zivilisten zu bombardieren in allen Teilen der Welt? Warum sollte man das tun? Antwort, weil das amerikanische Militär eben nicht das amerikanische Militär ist. Es dient nicht den amerikanischen Interessen, ganz definitiv nicht, wenn mehr als eine Billion Dollar jedes Jahr dort hingeht. Es ist das Militär dieses geheimen Netzwerkes. Und dieses Militär wird eben kontrolliert durch die amerikanische Regierung, die wiederum kontrolliert wird durch dieses geheimen Netzwerk. Und das ist eben der Grund, warum Bush Krieg führt und dann kommt Obama, der sogenannte Friedenskandidat, und er führt ebenfalls Krieg im Ausland auf genau dieselbe Weise wie Bush vorher. Das, was geschieht, ist eben, dass das amerikanische Militär benutzt wird, um den Plan dieses geheimen Netzwerkes im Mittleren Osten, in Afrika und anderen Teilen der Welt durchzusetzen. Diesen Plan, den dieses geheimen Netzwerk schon seit so langer Zeit verfolgt. Wir müssen zu diesem Punkt kommen, zu verstehen, dass Amerika ein Einparteienstaat ist, dass Großbritannien ein Einparteienstaat ist und so weiter und so weiter. Und mehr noch, im Endeffekt leben wir auch global in einem Einparteienstaat. Es ist absolut lebensnotwendig, dass wir dieses verstehen, dass Politik nicht die Antwort ist und dass die Politik in der heutigen Form niemals die Antwort sein wird. Wir müssen es tun. Wir, das Volk, müssen es tun. Denn die Politiker müssen genau das Gegenteil von dem tun, was gut für die Menschen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. The Spider's Web Global Construct that I started talking about right at the start of... von dort drünen mit der Strauss